Um da jetzt gleich reinzuteilen, ich habe nämlich auch noch eine Geschichte, die auch mit Polizisten zu tun hat. Ich bin gestern nach... Ganz kurz, ich will nur ganz kurz anmerken, Dani ist ein bisschen so wie dieses Make-A-Wish-Kid, dass so ist, ja, ich will auf Spritz, wenn ich will meine Geschichten erzählen dürfen. Und dann sind wir immer so, okay, Dani, was ist dir denn letzte Woche passiert? Hä, du erzählst doch auch Geschichten aus eurem Leben. Was ist, Dani, letzte Woche passiert? Wir reden doch einfach alle so größtenteils aus Erfahrungen unseres Lebens, oder nicht? Nein, es ist immer so in unserem Gruppenchat, okay, welche Themen haben wir diese Woche? Und Dani ist so, okay, ich will... Ich habe zwei lustige Geschichten, weil das halt der Content ist, den ich einbringen kann. Okay, bringe den Content ein. Gut, auf jeden Fall. Wir brauchen einen Jingle für dieses Segment. Hä, jetzt ist doch auch Geschichten. Danis Geschichten. Danis Geschichte-Ecke mit Daniel Schneider. Voll zu wenige Geschichten von mir. Doch, es ist echt lustig, wenn du deine Geschichten erzählst. Okay, gut, also, die erste Geschichte ist folgende. Gestern bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und wir stehen auf einer roten Ampel vor meinem Polizeiauto und es fährt einfach an und fährt einfach über die Ampel. Aber mit Blaulicht? Ohne Blaulicht einfach drüber gefahren. Bro, das ist halt schon... Auch so langsam, so 10 km. Ja, bro, auf Chilic. Und ich war so... He did it just to flex. Und dann, ich war nämlich noch ein bisschen weiter hinten und habe gerade gesagt, so, hä, ist der gerade ernsthaft? Einfach über rot gefahren? Du hättest auch über die rote Ampel fahren sollen und dann auch sagen sollen, ja, ich bin nur ihrem Fahrbild gefolgt. Und dann habe ich so diesen Scooterfahrer daneben angesprochen. Ich war so, yo, ist dieser Cop gerade einfach bei rot drüber gefahren? Und der war so, ja. Ja. Das fand ich einfach sehr merkwürdig, dass das einfach passiert ist. Ja. Und ohne da jetzt zu viel rein zu interpretieren zu wollen, aber gleichzeitig so... Wieso macht er das? Also das ist halt einfach ein sehr komischer Powerflex. Du hast gerade nichts hineininterpretiert, sondern du hast da immer nur gefragt... Nein, ich meinte halt eher so, das ist einfach nur etwas, was Cops machen können. Ja, es ist... Es passiert tatsächlich sehr oft. Vor allem in der Nacht. Das liegt aber auch daran, dass halt, ja, Sirenen sehr laut sind. Halt wirklich extrem laut. Dann wäre es nicht mit Blaulicht gefahren. Dass Polizisten einfach ohne... Ja, auch Blaulicht stört auch Anreiner. Wenn es jetzt eine enge Straße ist, ist das Blaulicht auch störend. Dass sie einfach ohne Signal fahren. Aber es ist technisch gesehen verboten, ja. Ich meine, es ist extrem verboten. Und zweitens... Was soll das? Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass das... Und es ist auch gefährlich. Es passiert immer wieder. Also man sieht das recht oft. Okay. Aber ich finde, das ist eine komische Sache. Ja. Was ist denn deine zweite Geschichte, Daniel? Daniels zweite Geschichte. Die zweite Geschichte werde ich euch schon den ganzen Tag erzählen, weil ich finde die mega lustig. Oh, nice. Ich bin heute halt aufgestanden und gehe aus meinem Zimmer raus. Bro, krass. Mann, okay. Geile Story, man. Es gibt einfach... Okay, bei der Geschichte gibt es einfach einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Es gibt auch ein Build-up. Okay, was war das jetzt? Wieso tut es ja immer so, als wäre das so unreasonable, wie ich meine Geschichten erzähle? Der Anfang und die Mitte ist, du bist aus deinem Bett aufgestanden und das Ende ist, du bist aus deinem Zimmer rausgegangen. Und ich habe mitgefühlt von Anfang bis Ende, Bro. Ja. Ich bin dir an den Lippen gehangen, die ganzen drei Sekunden, wie du das erzählt hast, Bro. Als Aristoteles geschrieben hat, über wie man Geschichten erzählt, daran hat er gedacht, Bro. Genau. Okay, auf jeden Fall bin ich aus deinem Zimmer rausgegangen. Krass. Und plötzlich kommt da einfach ein Hund um die Ecke gelaufen und bellt mich an. Was? In deiner Wohnung? Ja, da war einfach plötzlich ein Hund und hat mich angebellt. Und ich habe mich voll erschreckt und war so, what the fuck? Ich dachte legit, der kommt jetzt her und greift mich an. Ich war so, wieso ist da jetzt ein Hund? Okay, ich glaube, der Kontext ist wichtig, dass du keinen Hund besitzt. Ja, Daniel besitzt keinen Hund. Und er ist einfach nur um die Ecke gekommen und hat mich angebellt. Und dann ist er wieder so weggegangen. War das ein Hund von einem Kollegen von deiner Mom oder was? Also, man muss als Kontext dazu sagen, dass das Büro meiner... Das Büro... Das war sehr rhythmisch. Ich habe auch mitgefiebert. Mann! Das Büro meiner Mutter ist halt kinder integriert in unsere Wohnung und halt, die können da so reingehen. Und anscheinend hat er halt einen Mitarbeiter einen Hund mit, aber... Das ist einfach so witzig, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass er den Hund um die Ecke kommt und mich anbellt. Und mich wurde auch nicht informiert über diesen Fakt, dass es da jetzt einen Hund gibt, der da ist. Und ich weiß auch nicht so, ich kenne diese ganzen Mitarbeiter nicht. Ich weiß nach wie vor nicht, wieso dieser Hund da ist. War es ein cooler Hund oder war es so ein Wackdog? War ganz nett. War ganz nett. Ich habe ihn auch nur kurz gesehen und ich war ein bisschen im Schock, weil er mich einfach angebellt hat. Aber stellt euch das vor, er kommt so... Ich setze zu Hause, geht zu seinem Zimmer und er holt Komme und was soll er? Und dann geht er wieder. Verschließt wie sein Aufpass und so... Ja, das waren meine zwei Storys. Geil. Tolle Geschichten, Dani, wie immer. Das ist halt eine lustige Geschichte. Danis Geschichte, Viertelstunde.